Es geht nicht aus, ich muss da runter. Boah, was für ein geiler Fuß! Yo Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Limbo. Der Sound ist mega laut, kann man das irgendwo leisten? Oh, oh, Einstellungen. So wird gespielt, Helligkeit. Ja wie, so wird gespielt. Ja, das weiß ich doch. Aber ich muss es leiser machen. Ach Mist, das geht nicht. Sorry Leute. Verdammt, ich glaube das ist mega laut für euch. Wenn ja, dann tut es mir einfach mega leise. Das ist keine Absicht. Jetzt sind wir ein bisschen in ruhigeren Gedönses. Schieb das mal davor. So, ich habe jetzt die Lösung für das Rätsel. So, Achtung. Das müssen wir nämlich hier stehen lassen. Warte. So. Oh Gott, es wird wieder mega laut. Aber jetzt Achtung. So. Komm, 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 komm. Und. Und. So. Und jetzt. Zack. Okay, perfekt. Leute, wir haben es drauf. Wir haben es drauf. Ey. Das ist mega gut. Wuhu. Hänsel. Achtung, da oben ist ein Stachel. Ja, ich weiß, Basti. So. Und jetzt. Pam. So. Okay. Wir sind safe, würde ich jetzt mal behaupten. Ne, sind wir nicht ganz. Deswegen müssen wir nochmal hier. Uh. Und da hoch. Das Wasser steigt und steigt. So. Jetzt wird es diese, das Ding hier, mit hoch genommen. Ach, 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 ach. Ach, 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 ach. 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 Ach, ach, ach. 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 Das habe ich gedacht. Das habe ich so gut wie geschafft. Mensch. 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 Du machst echt Sachen. So. Und. Oh. So. Es ist alles easy. Das nehmen wir und machen so. Hup. Und spreng drauf. So. Wow. Alles kein Problem. Für den Mais da. So. Und dann gehen wir nach oben. Achtung, 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 Achtung. Achtung. So. Und wir springen jetzt. Und gehen wir hier hoch. So. Go, 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 go. So. Alter. Du bist hier. So. Und jetzt los. Hopp. Go. Go. Und jetzt. Nein. Warum packt er das nicht? Warum ist der so schlecht? Oh. Mann. Der hat schon viel andere Dinge geschafft. Jetzt beeil dich mal hier. Schieb mal ein bisschen zackiger. Hopp. Ach, Mensch. Jetzt vergeute ich hier meine Pseids. Das ist ja schlimm. So. Nochmal. Der dritte Versieg jetzt. Diesmal klappt es, Leute. Diesmal klappt es. So. Meine Gute. Das ist so schwer. Naja. Sowas ärgert mich extrem. Dass es nicht immer klappt. Oder. Dass ich immer so an so Kleinigkeiten feile. Huch. Pam. Okay. Let's go. Das ist alles. Alles. Das ist einfach, sage ich jetzt mal. Das ist alles machbar. Da habe ich auch alles kein Problem mit. Ja. Und. So. Gut. Und jetzt versuchen wir wirklich im letzten Moment abzuspringen. Wirklich im allerletzten Moment. So. Warte. So. Go. Jetzt habe ich es geschafft. Meine Güte. Ohne Witz. So. Jetzt. Achtung. Guck. Da. Das habe ich mir schon ein bisschen gedacht. Jetzt ziehen wir das mal wieder an. So. Achtung. Ich habe eine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich glaube es zumindest. So. Gut. Nein. Fuck. Was? Pop, 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 pop. Komm. Fuck, fuck, fuck. So. Ähm. Mist. Das war nicht so der Plan, ne? Was passiert jetzt wohl? Äh. Wie hätte ich das darüber machen sollen? Ja gut, das war's. Also, das war's. Das war's. Ich müsste diesen Luftballon da. Äh. Ja gut. Ja gut, das funktioniert nicht. Das wollte ich testen. Ach, ich bin bei. Wie ist das? Okay. Der muss da jetzt ja hochfloppen. So. Achtung. Und dann müssen wir jetzt da hinrollen. Los, 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 los. So. Let's go. Go. Ja, 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 ja. Wir packen das. Woo. Oh mein Gott, Hänsel. Du bist so ein mega Rätsellöser. Du hast es einfach drauf, Hänsel. So, jetzt geht das hier nach oben. Und das wollte ich vorhin schaffen, aber hab's nicht geschafft, so. Okay. Huh. Das ist einfach mega spannend hier. Oho. So, Achtung. Gleichgewicht halten. Und wir springen in 3, 2, 1, jetzt. So. Okay, gut. Dann geht's jetzt hier weiter. Uh, wo kommen wir denn jetzt wohl hin? Hm. Warte mal. Hier unten ist was. Äh. Ach, okay, gut. Das ist natürlich machbar. Das auch? Ja. Okay. Jetzt hüpfen wir mal hier zurück. Und machen folgendes. Okay. Was ist das für ein Rätsel? Mensch. Ah, okay. Ja, doch. Doch, das könnte funktionieren. Das könnte tatsächlich funktionieren. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Huh. So. Okay. Hä? Was? Okay. Jetzt bin ich überfordert. Hä? Das ist ja jetzt... Oh Gott. Wie funktioniert das? Warte mal. Ach, okay. Und jetzt könnte ich das Ganze ja so machen. Warte. Okay. Ja doch. So müsste das funktionieren, denke ich. Hä? Und da. So. Okay. Das müsste machbar sein, eigentlich. Hä? Ah. Ja. Geil. Wir haben es geschafft. Huh. Nice. Scheiß. Oh nein. Das sind die Maden wieder. Uah. Lecker. Die Made einfach übel zerquetscht. Ups. Oh ne. Da oben ist eine, die... Ja gut. Ich hab so... Was sagte ich? Was hab ich gesagt? Was soll ich denn da machen? Kurz abwarten. Achtung. 3, 2, 1. Was passiert, wenn ich... Ah gut. Das ist schon mal gut. Passt. Jetzt kann ich hier nicht dagegen laufen. Ah, okay. So. Hier lang. Ach. Stimmt. Und das Licht lässt mich dann wieder in die andere Richtung laufen. Okay. Das muss ich mir merken. Wop. Ups. So. Okay. Da oben geht's nicht weiter. Ups. Ups. Oh oh. Fuck. Oh Gott. Bin mega erschrocken. Aber... Lauf. Lauf. Mein Freund. Lauf einfach. Okay. Das Rohr ist schon mal... Loll. Achtung. 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 Geh nach oben einfach. Okay. Wir müssen auf dieses Rohr da unten warten. Schätze ich jetzt mal. Puh. Ach du kacke ey. Dieses Spiel, das ist einfach richtig geil. Das macht mir so mega viel Spaß. Das macht mir einfach Spaß und deswegen spiele ich das so richtig gerne. Oh man. Ich warte. So. Wir müssen auf das Rohr da warten. Das kommt jetzt dann hochgeschossen. Und dann kommen wir da rüber. Höchstwahrscheinlich. Schätze ich mal. Alter. Ich dachte, Hänsel hat nur durch seinen Wald laufen müssen, um Gretel zu finden. Aber nee. Jetzt ist er da. Und dort. Und hier. Und da. Und ralalala. Und hops. Das war. So verdammt. Ich komme hier nicht weiter. Guck mal. Das geht nicht. Ach. Hä? Wie hätte ich denn das machen sollen? Ich komme nicht weiter, weil die Made mich kontrolliert. Das ist ja kacke. Jetzt komme ich hier in das Licht. Jetzt muss ich zurücklaufen. Richtig. So. So. Ach okay. Ich habe es gerallt. So. Ups. Ups. Schneller einfach. Es ist einfach schnell. Seinverdammt. Ups. Schnell, 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 schnell. Go. Und jetzt zurück. Zurück. Lauf doch. Ey, es ist einfach mega langsam. Oh. Meine Güte. Aber gut. Es ist machbar. Es ist machbar. Ich habe einfach nur gepennt. So. Oh Gott. Das macht einen schon fertig. Wenn das mit einer Kleinigkeit das ganze Ding sich hier entscheidet. Mann, 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 Mann. Jetzt muss ich wieder auf das Chor warten. Und da oben sind diese Viecher, die diese Maten da fressen. Die mögen das. Die stehen da voll drauf. So. Lopp. So. Und jetzt. Ich hätte noch warten müssen. Ich kann den ja nicht kontrollieren. Ich kann den nicht kontrollieren, wenn die Made in meinem Kopf frisst. Ach du Kacke. Das ist ja scheiße. Was mache ich? Auch an solchen kleinen Fails scheitert das ganze Spiel. Ach Mist. Das ist einfach nur mega ärgerlich. So komm. Jetzt packen wir es. Jetzt packen wir es. Jetzt wissen wir jede Kleinigkeit. Ich bin einfach zu früh gespürt. Und jetzt packen wir es, Leute. Jetzt sind wir einfach mega gut drauf. Wir warten jetzt hier oben. Und springen erst, wenn das Chor soweit ist. Wir springen erst, wenn es soweit ist. Diesmal schaffen wir es. Glaubt. Arme uns. Oh man. Leute. Aber wenn euch dieses Display gefällt, dann zeigt es auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das selber mal durchgezockt habt. Und schreibt mal, wie ihr das findet. Ich finde es nämlich mega. Ich mag es nämlich richtig. So. Wir müssen warten. Immer noch ein bisschen. Immer noch, immer noch, immer noch, immer noch. Und jetzt. Ja, wir haben es geschafft. Ja, endlich kann ich mich wieder frei bewegen. Alter Schwede. Das war ja eine Geburt, ne? Wo kommen wir jetzt hin? Schaffen wir den Spur? Ja, okay. Den hätten wir geschafft. Meine Güte. Wo kommen wir denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Wo. Okay. Da können wir hochklettern. Wir sind. Alter. Wir sind irgendwo. In einem Dorf. Oder in einer Stadt. Schätze ich jetzt mal. Krass. Wo. Stromschlag und Tod, ne? Okay. Es geht an. Jetzt geht's aus. Ja, gut. Gibt es da irgendwas? Warte. Okay. Das ist ein bisschen jetzt kompliziert. Weil ich muss springen, wenn das alles hier... Warte. Nämlich. Warte. Jetzt. Ich schaff den Sprung nicht. Jetzt geht's an. Zack. Und ich springe jetzt. Drei, zwei, eins. Ja. Ja. Okay. Okay. Juhu. Meine Güte. Das geht nicht aus. Ich muss da runter. Boah. Was für ein geiler Move. Alter. Leute. Das war der epic move of epicness. Das hat einen Daumen nach oben verdient, Leute. Alter. Der war ja mal Hammer. Das war MLG einfach. Wow. Das nicht. Alter. Habt ihr das gesehen? Ich fall da runter und häng mich da noch an die Liane. Scheiße, Mann. Richtig geil, oh. Oh, Mann. Dafür muss ich mich jetzt echt mal ein bisschen feiern. Wow. Hopps. Und hopps. Okay. Wupp. Hup. Oh. Ja. Das geht tatsächlich nach unten. So. Neulich würde ich auch mal sagen. Das war's dann mit der Folge. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich mega über den Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Euer Basti Zockt. triggering. Alles, Leute. Gott Party. Wirklich Billie. Tschüss. Tschüss. culos. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020